So, hast du auch noch nicht gepackt? Nein, gar nicht. Ganz interessant. Das hat mir nur noch nicht zu sagen, wenn es zu enden ist, was schon rast du. Und hier hast du ein Lila, ne? Willst du, dass das hier ein Lila ist? Nein. Ich darf mal her, wieder unten. Ich mach es wirklich hier unten. Und ich sehe, wie das vorläuft. Und ich mach Stopp, mach Stopp. Ich weiß schon, was ich tue. Wir haben die Maschine auch gehabt auf der Arbeit. Das heißt, jetzt läuft die Übersicht. Es gibt jetzt gar keine Masse. Und jetzt hab ich Sabrina. Kannst du? Kannst du? Nein. Kannst du? Kannst du? Kannst du? Kannst du? Kannst du? Kannst du nicht?? Kannst du nicht? Vielen Dank.